FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wenn man den Titel Elfpunkteplan zum Schutz der Grenzen liest, dann denkt man, jetzt kommt ein detaillierter Masterplan, ein systematisches Gesamtkonzept zur Aufbereitung des Problems. Und wenn man dann den Antrag der AfD liest, dann ist man schon erstaunt, wie dünn doch diese Elfpunkte am Ende ausfallen. Ein Punkt heißt, das Parlament soll früher unterrichtet werden. Ein anderer Punkt heißt, der Bundeskanzler soll das Thema zur Chefsache machen, also eher Plattitüden. Da wird mehr Geld, mehr Personal für die Bundespolizei gefordert. Das Thema finden Sie so toll, dass Sie den Punkt gleich zweimal bringen, als wäre das zum ersten Mal erwähnt worden. Sie sprechen davon, dass man in Unterkünften von Geldleistung zum Sachleistung übergehen solle, als hätte das mit Grenzschutz zu tun. Also alles in allen Wochen reichlich konfuses und, wie ich finde, auch sehr oberflächliches Papier. Wir haben uns am Dienstag in der FDP-Bundestagsfraktion noch mal sehr, sehr intensiv mit der ganzen Fülle der Fragen beschäftigt und 24 Punkte beschlossen, realistisch, pragmatisch, ohne Weichzeichner, ohne Schönrednerei. Das Problem liegt auf der Hand. Es liegt daran, dass es einfach zu viele Menschen sind, die ins Land kommen, dass Kommunen, Landkreise und Städte nicht mehr in der Lage sind, die Menschen alle aufzunehmen. Das ist einfach nun mal die Realität, die wir anerkennen müssen. Und dazu brauchen wir Sofortmaßnahmen, die aber nicht nur Symptome bekämpfen, sondern das Problem an der Wurzel packen, meine Damen und Herren. Um dieses Thema ruhig mal anzusprechen, Sachleistungen in Asylunterkünften, das ist sogar der gesetzliche Regelfall. Man kann jetzt nicht verlangen, dass wir gesetzlich neu regeln müssten, dass man statt Geldleistungen Sachleistungen ausreichen kann. Denn das ist im Gesetz als Regelfall vorgesehen. Geldleistungen sind der Ausnahmefall, dass die Kommunen die Sachleistungen als aufwendiger, komplizierter empfinden, weil man eine Lagerlogistik vorhalten muss, um Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel zu bevorraten und zu sortieren und auszureichen. Das hat dazu geführt, dass aus dem gesetzlichen Ausnahmefall der Geldleistungen faktisch der Regelfall geworden ist. Die Kommunen können das gar nicht stemmen, alles in Sachleistungen zu gewähren. Weshalb wir jetzt dazu übergehen wollen, die Kommunen zu ermutigen, zu ertüchtigen, mit Bezahlkarten einen Ersatz für Geldleistungen zu finden. Denn in der Tat ist es so, dass Geldleistungen einen falschen Anreiz setzen können, zu glauben, bei uns würde man mit Geld überhäuft. Davon müssen wir in der Tat wegkommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen wollen wir, dass Bezahlkarten eingesetzt werden, die auch beschränkt werden können, von denen keine Auslassüberweisungen erfolgen können und die nur eingesetzt werden können, um lokal Güter des täglichen Bedarfs zu kaufen. Meine Damen und Herren, das Thema Grenzkontrollen hat hier eine Rolle gespielt in dieser Debatte. Was wir doch brauchen, ist eine intelligente Lösung, die einerseits nicht den Pendlerverkehr, den Warenverkehr, den Reiseverkehr unnötig beeinträchtigt, aber doch die Schleuserkriminalität unterbindet und bekämpft. Dazu ist, wie ich finde, diese Idee der flexiblen Grenzkontrollen genau das wichtige Instrument, weil eine stationäre Grenzkontrolle natürlich dazu führt, dass die Schleuser gegenseitig warnen. Was wir bekämpfen müssen, ist das Schleuserwesen. Das sind die Menschen, die zu Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen nach Europa und quer durch Europa schleusen. Das müssen wir bekämpfen. Dazu ist, glaube ich, das Thema flexible Grenzkontrollen, die hier und da unerwartet auftauchen, die mit Drohnen, mit Werbeweltkameras, mit Herstahlkameras, Schleusungscontainer aufdecken. Das ist das richtige Instrument. Ich finde es auch gut, dass der Herr Finanzminister ankündigt, dass auch der Zoll dabei helfen kann. Meine Damen und Herren, ich finde, dass die Uhr bei mir immer viel schneller läuft als bei anderen Rednern. Deswegen komme ich zum Schluss. Diese Krise ist groß. Sie ist größer als unser Land. Deswegen brauchen wir europäische Lösungen für dieses Thema. Sie erfordert von uns, dass wir gemeinsam alle Demokraten in diesem Haus in Bund, Ländern und Gemeinden uns dieses Themas annehmen, damit nicht diejenigen den Ton setzen, die das Problem in Wirklichkeit nicht lösen wollen, sondern befeuern, weil sie dafür einen Vorteil versprechen. Herr Kollege, es ist so, dass Herr Altenkamp das genau anschaut und aufschreibt, wie viel Redezeit und auch wie schnell die Uhr geht. Er hat wirklich geschworen, die Uhr ging genauso schnell wie bei denen davor. Das ist das Schicksal der Liberalen. Ja, mit dem Gefühl kann man ja nur mit der Wirklichkeit konfrontieren, und das ist die Wirklichkeit. Philipp Amthor hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.